Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Global News hier auf Shoki Benoki New Television. Wie immer muss ich hier im Hauptquartier die Stellung halten und während alle anderen durch die Gegend fahren. Finde ich eigentlich auch ein bisschen gemein. Mich könnten die auch eigentlich mal losschicken. Und wenn ihr auch der Meinung seid, dass sie das ruhig mal machen könnten, dann hinterlasst doch mal in den Kommentaren einen Kommentar dazu. Vielleicht können wir die ja mal überreden, dass sie mich auch mal rauslassen hier aus dem Käfig. Jetzt schauen wir erstmal, wen wir denn hier erreichen. Ich habe also eine Telefonnummer bekommen und da rufe ich jetzt einfach mal an. So. Und dann schauen wir mal, wer dran geht. Niemand? Ah, jetzt klingelt es. Okay. Hallo, Marc. Sascha, du bist das. Na, zuschallig bin ich das. Was hast du denn gedacht? Na, ich habe den Zuschauern gerade erzählt, dass ich eine mysteriöse Telefonnummer hier bekommen habe, die ich nicht kenne, die ich anrufen soll. Ja, genau. Schöne Grüße aus Ljubljana. Aus was? Aus Ljubljana. Ljubljana. Ach, warte mal, liegt das nicht in der Slowakei? Ne, das ist in Slowenien, Kollege. Ach, Slowenien, ja. Slowakei, Slowenien ist ein Unterschied. Slowenien, richtig. Das ist eine Hauptstadt von Slowenien so nebenbei, aber ist ja egal. Ah, ja, 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 Slowenien. Ja. Im Hintergrund sieht man gerade die Burg von Ljubljana, richtig cooles Ding. Da war ich gerade eben, da warte mal, ich zeige es mal, hier oben auf dem Turm, da war ich gerade eben. Riesengeile Aussicht über die Altstadt und über den Rest der Stadt, also muss man auf jeden Fall mal oben gewesen sein. Ich nehme dich mal mit, ein Stückchen hier an den Fluss in Ljubljana. Weißt du, wie der Fluss in Ljubljana heißt? Der Fluss ist... Der dicke, große? Lass mich mal kurz überlegen. Ja, der Fluss, der heißt doch... Warte mal. Ich komme gleich drauf. Was macht er? Ja. Ich komme gleich drauf, wie der heißt. Frag mal Google. Ey, aber Wikipedia ist auch so unübersichtlich, also ganz ehrlich jetzt mal. Ja, weißt du es nicht? Dann sag es mir doch. Also, der Fluss hier heißt Jubiljanka. Ah, Sinjanka. Jubiljanka ist der Fluss, das ist der dicke, fette Fluss, wir sind gerade auf einer Brücke über dem Fluss. Hinter mir ist die ganz berühmte, wie heißt die nochmal, weiß ich gar nicht mehr, wie sie heißt, ganz berühmte Brücke. Und dahinter kommt dann die Drachenbrücke, die sogenannte. Und ich war gerade eben drauf gewesen und irgendwie habe ich mir gedacht, ja, heißt Drachenbrücke, weil vorne und hinten überall Drachen sind. Aber warum da Drachen sind, weiß ich auch nicht, ganz ehrlich. Na, warum denn? Also, das kann ich dir ja sogar beantworten. Jubiljana ist ja scheinbar die Drachenstadt, sagt man. Richtig. Und was man hier im Hintergrund auch sieht, die machen diese, wie nennt man das, wenn man auf einem Surfbrett paddelt? Wie nennt man das? Ja, wie nennt man das? Paddling. Paddling. Paddling wahrscheinlich. Also nicht Padding, sondern Paddling. Padding. Also das macht, kann man hier, also ich muss sagen, ich bin hier eigentlich heute auch mehr per Zufall runtergefahren in Jubiljana. Ach so. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm die Stadt, aber ist echt eine saugeile Stadt, muss man wirklich mal gesehen haben. Also die Altstadt ist super cool. Und saugute Sehenswürdigkeiten. Oben, wie gesagt, die Brücke, nicht die Brücke, die Burg, wo ist sie denn? Ach, jetzt sieht man sie gar nicht mehr. Ich nehme dich mal weiter mit in die Altstadt. Und die Altstadt wirklich echt sehenswert. Ein Restaurant neben einem anderen, Kneipentour kann man hier super machen wahrscheinlich. Also ich bin abends ja leider nicht hier. Gibt es denn da irgendwas Kulinarisches, was man da gegessen haben muss? Also ist es so Standard, so Schnitzel, Pommes? Also so, was ich gesehen habe, ist halt hier so Standard. Es ist halt schon sehr touristisch, muss man schon sagen. Es sind sehr viele Tourister, sehr viele Deutsche. Wahrscheinlich versteht mich hier gerade auch jeder. Viele Holländer und sowas unterwegs. Verstehe ich zwar nicht warum. Öschi ist natürlich, wie die Sau. Ja, klar. Und ich nehme dich jetzt mal in eine kleine Gasse. Die echt cool ist. Pass auf. So eine kleine Gasse in Jubiliana. Ich bin auch ganz alleine gerade da. Das ist so schade, dass ich das selbst noch nicht sehen kann. Ach Mist. Ja, das wirst du dann bald sehen. Diese kleine Gasse. So kleine Gassen gibt es hier überall. Mit so kleinen Brücken zwischendrin. Und da ist man kurz mal alleine. Da ist man kurz mal alleine. Lass mich nicht ausrauben. Ach so, ja. Hast du recht, ne? Ja, ja, ja. Nein, nein. Das ist wirklich total safe hier. Hast du überhaupt kein Problem. Ja. Auch nicht irgendwie das Gefühl, dass da irgendwas sein könnte. Alles super. Also ich komme mir vor wie in einer normalen deutschen Großstadt, ganz ehrlich. Das ist doch schön. Also richtig cool, muss ich sagen. Hier sage ich, ach ja, Hintergrund ist so ein cooler Brunnen auch noch. Jubiliana ist echt eine Reise wert, muss man sagen. Wenn es nicht so weit weg wäre von uns, dann würde ich sagen, fahr hin und lass dich nicht lumpen. Wie lange bist du gefahren von dir aus mit dem Auto? Nach Jubiliana sind es, glaube ich, gut acht Stunden. Acht Stunden. Also aus dem Wiesbadener Raum, Frankfurt aus, muss man ja sagen. Also von Frankfurt aus, muss man ja sagen. Ja, das ist natürlich schon eine Strecke. Das ist natürlich schon wirklich eine Strecke. Ja, das machst du nicht mal eben. Aber weißt du was? Unser 1 fliegt ja auch mal ganz gerne. Wer es hat, ne? Ja, natürlich. Aber wirklich coole Sache hier in Jubiliana, muss ich sagen. Kann ich nur empfehlen. Wenn du mal irgendwie rumkommen solltest, tu es. Fahr nicht dran vorbei. Auf keinen Fall dran vorbeifahren. Wenn man die Strecke schon fährt, immer einplanen. Immer mal abfahren, ne? Ich habe gerade rausbekommen, warum Jubiliana die Drachenstadt heißt. Also bei Wikipedia. Ach, warum? Sag mal. Auf dem Wappen ist ein Drache drauf. Ein grüner Drache. Ach, und das war's, oder wie? Ja, ich glaube, das war's. Ich habe das nicht näher gegoogelt, so. Aber man sieht halt, dass ein grüner Drache drauf ist. Von daher, ja. Jubiliana die Drachenstadt. Ja, die Drachenstadt. Genau. Genau. Sehr schön. Ja, schön, dass du mich angerufen hast in Jubiliana. Ich werde jetzt wieder mal ein bisschen ins Getümmel irgendwo schmeißen. Ja, komm gesund zurück. Und ich habe gerade schon eben zu den Zuschauern gesagt. Also es wäre schön, wenn Schoki-Banuki mich auch mal losschicken könnte. Statt dass ich hier mal die Stellung hier im Hauptquartier halten muss. Ja, kannst du mal machen, irgendwie. Ja, ja. In die Schweiz oder so. Hätte ich so als Idee. Schweiz? Was soll ich denn in der Schweiz? Das weiß ich auch nicht so genau. Das musst du dir überlegen. Alles klar. Okay, mein Lieber. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Dankeschön. Na? Achso, ich wollte dir was zeigen. Pass auf, warte mal. Ich habe noch was. Ich wollte dir was zeigen. Pass auf. Ich habe was gekauft, was richtig geil ist. Warte mal. Ich habe hier nur eine Hand, weil ich habe hier die Kamera. So, warte. Ah, das ist aber voll kompliziert. Jetzt warte mal, ich muss mal gerade zu so einem Tisch gehen. Hoffentlich muss ich nichts bestellen. Warte mal. Warte mal. Was gekauft hier? Was zeigst du dir? Bleiben Sie dran. Voll geil. Das hier, so Magnete für den Kühlschrank. Aber so richtig slowenig. Mahatma Gandhi und Che Guevara. Hat nur einen Euro gekostet. Slowenische Tradition, ja. Ja, slowenische Tradition. Magnete für den Kühlschrank, ja. Und was ja auch, was für mich überraschend war, so nebenbei, was für mich überraschend war, war ja auch, dass die hier einen Euro haben. Wusste ich gar nicht. Euro? Wusstest du das? Hm? War dir das bewusst? Ne, das war mir nicht bewusst. Ne? Ne, die haben hier, ich dachte, die haben noch irgendwie, was weiß ich. Slotty Rand. Slotty Rubel oder Rubel oder so. Ja, ja, ja. Ne, aber die haben hier, die haben hier noch, die haben hier schon den Euro Set 2007. Ah, okay. Ja, Knaller, oder? Na dann ist ja, wir wollten uns schon längst verabschieden. Dann ist ja. Ich wollte schon längst wieder ins Getümmel. Jetzt geh mal wieder da an den anderen Schreibtisch da, komm. Heute ist du. Ja. Ich sag Tschirio, Miss Sophie. Alles klar, tschüss Sikowski, macht's gut. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschö. 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 Vielen Dank.